Boi Leute, herzlich willkommen zu einem Video auf dem Kanal Deutschglattnik. Ich präsentiere Minecraft Let's Play mit Fightrain und mir. Vorab noch zwei Informationen. Die erste Info ist, das Mikrofon... Ich weiße, nicht das Mikrofon, sondern einfach meine Dummheit, die ich überkickt. Von Fightrain, die Stimme ist doppelt zu hören. Liegt daran, dass ich so schlau war und Discord doppelt zu überlegen im OBS. Das heißt, dass man jetzt die Stimme auf der Desktop-Aufnahme und im OBS selber hört. Ich hoffe, es stört euch nicht, aber leider ist es jetzt so. Und die zweite Info. Ich kann euch dieses tolle Video zeigen, aus dem Grund, ich bin geistig inkompetent. Ich habe das OBS falsch eingestellt und habe deswegen jetzt nur noch die zweite Aufnahme von diesem Video halt hier zur Nutzung zu führen, weil einfach die erste Part von dem Video kaputt ist und weil sie die Teil beschädigt ist. Ich hoffe einfach, dass euch das kommende Part trotzdem gefällt. Und dann lasst mir gerne ein Like und Abo da und los geht's. Ich habe jetzt hier 11 Augenurden. Geht's? Are you alive? Hier. Ich brenne. Oh, zwei Herzen. Alter. Lack, Alter. Einfach nur Lack. Ich habe kein Essen mehr, scheiße. In die Lava reingelaufen. Junge. Ich denke, ich habe jetzt hier mal ein bisschen Brot für uns. Ich habe eine Forstlack. Weißt, wer hat die Glocke da hinten? Ich baue da jetzt eine kleine Rütte hin. Unterhause geht, weil ich so ein kleines, probesorisches Haus hin. Und der Junge hat der Lut, weil sonst war alles umsonst. Es war alles umsonst. Ich bin einmal gestorben, bin einmal runtergefallen. Es war alles umsonst, weil der Typ einfach kein Lut hat. Ich kenne es ja. Ey, das ist ein armer Schlucker, Alter. Der ist hier ganz unten. Hat aber nichts. Er hat noch nicht mal Eisen. Wenn wir sterben, sind die Items nicht weg. Wir haben, ja, ich habe Kiebel mit Tobi eingeschaltet. Jetzt erstmal müssen Kohle holen und dann... Stone Age, cool. So, ich baue unsere kleine Hütte hin, ne? Jupp. Mal ein bisschen Terrorfarming, dann muss ich auch gleich so sehen, dass wir eine neue Hütte haben. So. Zack. Und jetzt mit dem ganzen Faggeln in die Erde. Perfekt. Soll ich jetzt hier hin? Nein, nein, nein. Soll ich jetzt hier hin? Oh, ich. Soll ich jetzt hier hin? Soll ich jetzt hier hin? Soll ich jetzt hier hin? aber in den untergrund eine maschine was bauen kann die aussehung gut ich habe atomkraftwerk in mycraft gebaut und funktioniert sogar das ist schon krass also die reaktoren ohne reich mit anleitung gebaut das können wir alles aus dem kopf raus und ich wollte mich nicht mehr in jedem fall um was ich bin mit der mit hier und mir erst mal umsicht gekauft haben hier ich gucke mal hin ich gucke mal hin Ja, mehr habe ich leider nicht. Trotzdem hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Morgen kommt das neue Video. Das nächste Video von dem Projekt hier. Dann bis morgen. Haut rein, Leute. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.